Musik Am 16. Mai haben sich in Wien die Netzwerkpartnerinnen und Partner der Initiative Schulqualität Allgemeinbildung SQA getroffen. Das zweite Treffen des SQA Partnerinnen und Partner Netzwerks stand unter dem Motto Netze nützen, Qualität entwickeln. Ich sehe da eine ganz große Chance darin, in diesem entstehenden Kooperationspartner-Netzwerk sowas wie orchestrierte Schulentwicklung in Österreich voranzutreiben. SQA soll den Prozess der pädagogischen Qualitätssicherung und Entwicklung unterstützen und somit bestmögliche Lernbedingungen garantieren. Ziel der Veranstaltung war es, Bedürfnisse der Schulen im Hinblick auf SQA sichtbar zu machen. Im Zentrum stand die Frage, was brauchen Schulen für die Umsetzung von SQA? Schulen brauchen Licht, sie brauchen Hoffnung, sie brauchen Impulse und sie brauchen Hilfe. Und so stelle ich mir die Rolle der Netzwerkpartner vor. Im anschließenden Diskussionsrunden haben sich die Schulvertreterinnen mit den Netzwerkpartnerinnen und Partnern ausgetauscht. Darum ging es um Möglichkeiten, wie Schulen bei der Entwicklung und Sicherung von Schulqualität unterstützt werden könnten. Auch die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks wurde thematisiert. Ähnlich wie bei Speed-Dating-Runden hatten die Netzwerkpartnerinnen und Partner die Möglichkeit, ihre Interessen und Arbeitsfelder besser kennenzulernen. Das SQA-Partnernetzwerk dient als Austauschplattform für Wissen zur Entwicklung von Schulqualität. Das nächste Treffen findet im November 2013 statt. Ich möchte nur ganz kurz zurück auf die Ziele des Tages blicken, die ganz präsent waren, dass die Schulen hereinholen. Auch wenn wir es vorher mit wenigen Vertreterinnen und Vertreter geschaffen haben, Landeskoordination, Schulleiterinnen. Ich habe aber auch viel mitgenommen, was brauchen die Netzwerkpartnerinnen und Partner. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Heimreise wünschen. Weitere Informationen zu SQA finden Sie auf der Webseite www.sqa.at